Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Ohne diesen Gegenstand gehe ich morgens nicht aus dem Haus. Schuhe. Mit dieser Person würde ich gerne mal auf einer einsamen Insel stranden. Messi. Wenn ich mich mit drei Worten selbst beschreiben müsste, dann wären das. Humorvoll, ehrgeizig. Und ich bin eine ziemlich ruhige Person. Das wollte ich schon immer mal im Fernsehen sagen. Argentinien wird Weltmeister 2018. Diesen spanischen Satz sollte jeder kennen. Una cerveza por favor. Das heißt, ein Bier bitte. In diesem Stadion würde ich gerne noch einmal spielen. Im Volksparkstadion. Mein Vater ist für mich? Mein Vorbild. Das sind meine Pläne mit dem TSV Sarsel 2. So hoch zu kommen, wie es nur geht. Ich bin süchtig nach. Äh, Fleisch. Deutschland oder Argentinien? Natürlich Argentinien. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vitro für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Wird kindel für nur 7,90 pro Stunde bei Starcar. Wir haben die�g Sydney. Wir machen die Zukunft. Wir machen die Zukunft.